Chillig! Heute, Leute, werde ich euch sagen, wann der neue Brawl Talk kommen wird. Hinten von dem Foto, also bei der Wand, können wir ein Kalender sehen. Was hat dieser Kalender auf sich? Ich sage auf jeden Fall, dass der neue Brawl Talk am 6. rauskommt. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video auf meinem Kanal in London. Heute, Leute, werde ich euch auf jeden Fall sagen, wann der neue Brawl Talk kommen wird. Auf jeden Fall, die meisten wissen, Leute, dass der neue Brawl Talk am Juni rauskommen wird. Denn das haben die Superstweil-Mitarbeiter selber im letzten Brawl Talk gesagt. ... und Duo-Shotdown ist zum Mapmaker. Also danke, dass ihr seht und wir uns im Juni sehen. Und auf jeden Fall, Leute, ich kann euch jetzt in diesem Video den genauen Datum sagen, wann der neue Brawl Talk kommen wird. Und, Leute, lasst dafür gerne einen fetten Like da auf jeden Fall. Und, Leute, erstmal kleine Info. Meine Theorie mit dem, wann kommt Takedown? Also, meine Theorie, wann kommt der alte Modus Takedown hat einfach gestimmt. Alter, das ist schon mega, mega krass. Das haben bis jetzt voll viele Theorien von mir gestimmt. Und auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr so welche Videos sehen wollt. Und, Leute, ich würde sagen, wir beginnen auf jeden Fall mal direkt mit der Info. Und zwar, Leute, erstmal, Supercell hat heute ein Foto gepostet von Muttertag. Und ich würde sagen, erstmal, Leute, wir gucken uns das Video jetzt erstmal ganz genau an. Und zwar sehen wir ganz hinten von dem Foto, also bei der Wand, können wir einen Kalender sehen. Was hat dieser Kalender auf sich? Und zwar, Leute, da steht auf jeden Fall der 9. markiert. Ist es vielleicht ein Zeichen, wann der neue Brawl Talk kommt? Ich denke schon. Und auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, meine Theorie ist es, dass vielleicht der neue Brawl Talk am 9.6. rauskommt. Warum am 9.6. Es könnte auch sein, dass dieser Kalender hinter dem Foto uns sagt, wann der neue Brawl Talk kommt. Und ich habe wirklich so ein Gefühl. Deswegen, wie gesagt, ich sage auf jeden Fall, dass der neue Brawl Talk am 9.6. rauskommt. Und wir werden, glaube ich, einen Katzen-Brawler erhalten. Es könnte vielleicht sein, aber es muss nicht stimmen. Wie gesagt, Leute, das alles, diese ganzen Theorien, das muss man nicht alles ernst nehmen. Äh, das ist nur, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, eine Theorie. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, ich sage auf jeden Fall, dass der neue Brawl Talk am 9.6. 2021 rauskommt, Freunde. Und bei weiteren Infos etc werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Und, Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall, das war es mit dem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, Abonnentag ist, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.